Noch mal weiter in ein paar Aktien-News, denn da gab es auch ein bisschen was, Luca. Genau, lass uns einmal rein starten mit dem Ölsektor. Und da gab es quasi Saudi-Arabien hat ihr Ölziel 100 US-Dollar pro Barrel gesenkt, um quasi mehr Marktanteile zu gewinnen, um die Produktion auszuweiten. Und das passt so ein bisschen in das Bild von der OECD, die natürlich auch ihre Produktion ausweiten möchte. Und das hat in dem Fall für die Ölkonzerne Shell als größten europäischen Ölkonzern zum Abverkauf im gesamten Ölsektor geführt und auch, dass Brent und WTI gesunken sind, also die beiden großen Ölsorten. Ja, man kann sagen, wir haben ja eigentlich im Kern immer das Kernziel der Ölstaaten, kann man so sagen, den Preis recht hoch zu halten. Wir sehen aber in letzter Zeit, die Preise fallen immer weiter. Wir sehen das auch an den Tanksäulen, die Preise normalisieren sich so halbwegs wieder, zumindest wenn man in die letzten Jahre denkt. Und dementsprechend versucht man jetzt eigentlich wieder eher um Marktanteile zu kämpfen. Und das ist natürlich mehr Konkurrenz auch für unsere westlichen Ölkonzerne. Dementsprechend Shell ein wenig gesunken. Wie sieht es aus mit den Luxuskonzernen? Genau, bei Elf vom Asch und den gesamten Luxussektor, also Montclair, Hermes und und und, wie sie alle heißen, gab es einen deutlichen Kurssprung. Hier 19 Prozent, da man ja positiv auf diesen China-Stumulus, auf die Konjunkturmaßnahmen, auf die deutlich ausgeweiteten Konjunkturmaßnahmen reagierte. Dadurch, dass natürlich in China Großteil der Umsätze der Konzerne anfallen, konnte man davon überproportional profitieren. Und das hat auch der Kurs dann gezeigt. Genau, wir kennen ja zuletzt diese Formation hier oben. Die schöne M-Formation mit einem zweifachen Top ist ein deutliches Negativsignal eigentlich. Der Trend ist auch wirklich hier runtergelaufen von der Elf im Asch auf die ungefähr 600-Euro-Marke. Jetzt positive News aus China. Wir wissen, dass die Luxuskonzerne sind dort sehr, sehr beliebt. Luxusmarken sind sehr, sehr beliebt in China. Also hofft man wieder auf mehr Konsum. Die Aktien haben deutlich angezogen. Und das sieht man hier, bildet sich so eine kleine W-Formation aus. Das kennen wir auch in der Vergangenheit. Das könnte dazu führen, dass man wieder in positive Trendregionen kommt. Und dementsprechend, ja, 20 Prozent plus für Elf im Asch. Wie sieht es bei Micron aus? Genau, Micron hat auch so ein bisschen den gesamten Nasdaq. Die Tech-Börse beflügelt mit positiven Zahlen. Man hat Umsatz- und Gewinnerwartung deutlich übertroffen. Man ist ja primär in zwei Segmenten aktiv. Im ersten Semenz produziert man diese Speicherlösungen für die KI-Technologie, die relativ zentraler Bestandteil sind. Da konnte man von dem großen Auftragseingang der Big Tech-Unternehmen profitieren, die natürlich ihre Datenzentren weiter ausbauen. Und man hat so ein bisschen die schwache Nachfrage, wir haben es auch zuletzt bei Intel gesehen, aus dem PC-Markt kompensieren können. Sehr, sehr spannend. Also Micron mit positiven Nachrichten, positiven Quartalsnachrichten, aber auch hier mit volatilen Kursen, kann man so sagen. Der Trend ist aber weiter positiv. Wie sieht es aus bei Visa? Genau. Bei Visa gab es quasi eine Kartellklage vom US-Justizministerium. Man wirft dem Konzern vor, ihre Marktmacht im Debit-Karten- oder Bankkarten-Segment zu brauchen. Wir haben da ja ein Duopol zwischen Mastercard und Visa. Diesmal hat es Visa getroffen. In der Historie gab es viele Sammelklagen, viele Untersuchungen und generell viel regulatorischen Gegenwind. Deswegen der Zahlungsanwickler 3% im Minus. Zudem hat man auch quasi Bestandteil der Anklage, dass man versucht, Fintech-Unternehmen, aufstrebende Fintech-Unternehmen am Marktzugang zu hindern und viele Gebühren oder zusätzliche Gebühren auf die Transaktionen zu erheben. Also man sagt einfach so mal wieder, muss man ja schon fast sagen, klassische Monopol-Thematik. Die gibt es tatsächlich immer wieder öfter, wie Luca schon gesagt hat, an dem Markt. Und das führt am Ende auch dazu, dass die Aktien gerne mal durchgeschüttelt werden. Ja, ganz spannend, also hier, was bei Visa passiert. Es kam gerade noch so die Frage auf zum Thema, ja, wie sieht es denn aus mit den, sind die Zinskurven immer noch, man kann so sagen, inverse. Ich habe mal etwas mitgebracht, kurz parallel dazu gemacht. Volker hat nämlich gefragt, hat gefragt, ist dennoch aufgrund der Inversensinstruktur bei den Anleihen mit einer Rezession zu rechnen? Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, über welchen Wirtschaftsmarkt du sprichst. In Deutschland sind wir in der Rezession, also kann man sagen, ja, in Deutschland definitiv. Ein Faktor ist auf jeden Fall natürlich die Variante, ja, wie laufen die Zinsen oder die Zinsstrukturkurve. Wir können das mal nach und nach durchgehen. In dem Falle, ich nehme die anderen mal kurz hier raus. Und dann sehen wir, wir haben jetzt 1,9% immer noch als Rendite quasi auf den 5-Jahres-Anleihen. Dann haben wir in der Weile, wenn man hier drauf geht, 2,03% bei den 10-Jährigen. Das ist also positiv, weil es ist nicht mehr inverse in diesem Fall. Wenn wir jetzt auf die 2-Jährige gehen, dann sehen wir, haben wir 2,043. Also, es ist ganz knapp in der Weile. Wir kriegen fast auf allen Zeitebenen eine ähnliche Rendite. Noch sind wir so leicht inverse, da hast du vollkommen recht. Es verbessert sich aber tatsächlich, gerade indem sich das Zinsniveau halt wirklich in die Richtung kippt, dass die langfristigeren wieder höhere Zinsen liefern und die kurzfristigeren wieder geringere Zinsen. Es braucht noch ein bisschen, aber das Momentum geht in die richtige Richtung. Das heißt, ja, wir haben aktuell eine Rezession, das kann man so sagen. Wir haben auch seit Jahren schon eine Stagnation und die Zinsstrukturkurve hat bestimmt dazu geführt, dass dies ein Faktor ist. Wir haben ja gegen starke Inflation, auch aufgrund der hohen Energiekosten und weiteren Maßnahmen, ja, damit zu kämpfen gehabt. Jetzt normalisiert es sich wieder. Das könnte ein positiver Fakt für die Zukunft sein. Also, vielleicht führt das wieder dazu, dass das Investitionsverhalten sich in Deutschland wieder bessert. ganz grundsätzlich leicht invers ist es noch, aber es ist eher auf einem positiveren Weg als auf einem negativeren Weg. Kurzer Ausriss hier. Danke, Volker. Bis zum nächsten Mal.